Das Notebook Apple MacBook Pro 15 MC371DA wird mit macOS 10.6 Snow Leopard ausgeliefert. Die Intel-CPU Core i5-520M arbeitet mit zwei physischen Kern bei einer Taktfrequenz von 2,4 GHz. Dem Betriebssystem stehen insgesamt vier Kerne, zwei davon virtuell, zur Verfügung. Das Gerät bietet die üblichen Schnittstellen. Zusätzlich sind ein FireWire 800 Anschluss, ein SD-Kartensteckplatz und eine Webcam verbaut. Der Mini-Displayport-Ausgang ist für den Anschluss eines externen Monitors gedacht. Je ein kombinierter, digital-analoger Audio-Eingang sowie Audio-Ausgang sind vorhanden. Das Slot-In-DVD-Laufwerk arbeitet ohne Schublade. Es liest und schreibt DVDs und CDs. Unter macOS kann das System zwischen einer energiesparenden Grafikeinheit der CPU und einer leistungsfähigen separaten Grafikkarte von Nvidia wechseln. Die GeForce GT 330M greift auf bis zu 256 MB DDR3-Videospeicher zu. Unter Windows ist ausschließlich die GeForce verfügbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017